Hallo, hier ist Sonja und wir haben eigentlich gerade mit Schummel die Trivia-Teile aufgenommen, weil wir gedacht haben, vielleicht hilft uns deine Hilfe bei Command-Blocken. Aber mein Aufnahmeprogramm hat sich gedacht, nö, da machen wir nicht mit. Aber die gute Nachricht ist, er hat sich bereit erklärt, auch die Puzzle-Branch mit uns zu spielen. Das erste Mal müssen wir hier schon mal lösen. Flo, Flo, halt, stopp. Ich weiß, wie es geht. Ich seh es, ich seh es, ich seh es. Okay, ganz ruhig. Ich weiß, wie es geht. Also eins ist Kohle. Eins ist Kohle. Dann, komm, zwei ist die Chorus-Frucht. W-w-w-w-w-w-sona machst du das denn gerade? Schon mal ganz kurz, eine kurze Frage. Warum ist Chorus-Frucht nicht eins? Wo ist jetzt so eine Kohle? Eins, wir haben nur ein Zidien, ein schwarzes Teil, deswegen ist eins Kohle. Oh, oh, jajajaja. Oh, da musst du auch mal drauf kommen. Jetzt haben wir zwei ist Chorus-Frucht, drei ist weiß, Schneeberle, vier ist Eis, deswegen Diamant-Haus-Armor, und fünf ist dann die Karotte. Bei Zon ist es richtig. Oha, aber da musst du erst mal drauf kommen. Hör auf, Tops! Guck mal, wie hübsch das gemacht ist. Die bauen hier Wege zusammen. Also ich würde mal sagen, ich habe mich schon für ein Puzzle jetzt qualifiziert, oder? Ich würde auch sagen, also 10 out of 10. Ähm, man sagt, Map zwar eigentlich nur mit drei Leuten spielen, aber egal. Ja, komm einfach drauf. Nee, guck, alles! Er sagt, wir müssen, er hat irgendwie erkannt, dass wir vier sind. Also immerhin. Das ist so laut, das Geräusch! Okay, wir sind, warte mal, aus Diversity 2 oder 1, ich weiß nicht. Ja, ja, das hatten wir schon mal. Okay, und, da. Okay. Grün. Ach, so, ich hab' mir das wahrscheinlich... Warte mal, heavy schwarz. Hä? Er sagt, das ist die Reihenfolge, was du drücken musst. Oh, das müssen wir uns merken. Ja. Schwarz. Florian, ich hab' grad gedrückt, hör auf, mir reinzudrücken! Schwarz. Lass mich doch machen! Lila. Hä? Schummelt doch falsch! Also schwarz, lila, weiß. Ja, aber... Hab' ich, hab' ich grad' gemacht? Also nochmal, ich drück' jetzt schwarz. Ja. Schwarz. Er macht halt die Schritte immer neu, wenn du resetest. Schwarz. Dann macht er schwarz-lila. Schwarz. Ja. Ich drück' jetzt topst. Schwarz, lila, weiß. Schwarz. Schwarz. Weiß. Schwarz. Weiß. Blau. Es ist auch gar nicht ein langwieriger Prozess hier. Schwarz, lila, weiß, blau, orange. Du machst das schön. Weißt du, dass ich das schön mache? Schwarz, lila, weiß, blau, orange. Nochmal schwarz. Oh, jetzt ist's verrückt. Ich glaub, ich muss das mitschreiben. Es wird auch immer schneller. Schwarz, lila, weiß, blau, orange, schwarz, gelb. Es wird wirklich schneller. Die wollen uns hier austricksen. Alter, ich glaub, ich glaub, ich krieg' einen mentalen Zusammenbruch, wenn das weitergeht. Mich hat das gesagt, das macht mich aggressiv. Das macht mich wirklich aggressiv. Pass auf. Ihr habt da nicht die Geduld für. Okay, braun war als letztes noch. Aber jetzt, war das das zweite Mal schwarz trotzdem? Ja, ja, oder? Nee, eben nicht. Nicht? Nein. Oh, what? Das ist doch rigged. Wir müssen jetzt von vorne anfangen. Oh, nein. Oh, nein. Ja. Das war doch eigentlich die Knaudi-Läuche-Reihenfolge wieder. Eigentlich schon, ja. Es war halt nur noch... Das kriegt ja mal wieder ein... Oh, da hinterher. Okay. Ich guck, dass... Also, sie machen das zweite schwarz noch. Ah! Jetzt wieder orange oben. Schummel. Nice! Oh, haben wir es geschafft? Bin ich gut oder bin ich gut? Du bist wunderbar gut. So, und jetzt... Weißt du, das ist so eine Stelle, da hätten wir sonst locker eine 3-5-Stunde dran gehangen. Flo will in lila gehen. Flo möchte in lila gehen. Okay, was haben wir denn? Wir haben hier einen Knopf. Jetzt kommt Flo. Oh, nein, 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 nein. Stell euch an den Rand. An den Rand. Flo, flog mir in den Eiserstern. Flo geht mir in den Eiserstern. Flo geht mir in den Eiserstern. Florian! Du willst du die Angst? Du willst doch. Flo, du hast keine Ahnung, was du machen musst. Flo, lies doch erstmal, was du machen musst. Okay, warte mal. Es steht nicht irgendwo irgendwas. Stellt euch bitte an den Rand. Stellt euch bitte zum Knopf. Oder, nee, auf die andere Seite. Stellt euch auf die andere Seite. Ich stelle mich zum Knopf. Oh, zur anderen, okay. Zur anderen. Alles klar. Ich werde hier jetzt... Ups. Ich hasse Puzzle. Also, wir stellen uns jetzt mal eben... Oh, gibt's keinen Skip-Byte. Hier hin. Nee, guck mal. Und seht ihr da... Oh, ja, wir sehen den Blub. Ich habe... Also, ich habe ein paar Let's Plays gesehen. Ich habe keine... Ich weiß... Ah, alles klar! Aber, ihr müsst mir jetzt mal eben helfen, welche ich lila färben muss. Okay? Also. Ja. Äh, warte mal. Ihr könnt jetzt, glaube ich, gar nicht... Wie kannst du färben? Mach so ein Fisch-Symbol. Äh, ein Fisch-Symbol? Siehst du das Ding, was wir hier sehen? Nicht, oder wie? Doch, ich sehe das. Aber, ich meine, ich... Ich weiß, du es meinst. Das war falsch. Und ein... Das war nicht falsch. Nee, 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 nee. Es war, glaube ich, ein zweiter rechts, die beiden. Nein, die... Schummel. Oder? Das kann ich gut. Nein. Ihr müsst, ihr müsst runtergehen. Und dann... War das die Mets-Warsch nach links noch? Schummel. Genau. Und dann jetzt? Und dann jetzt? Im Springen kriegst du es weg? Was halt wieder... Und jetzt? Welches? Dieses hier? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal was machen, Ronja! Ich kann nur gucken. Du bist draufgetreten! Das macht nix! Doch! Nur, der den Innersten hat, oder? Ja, wenn ich hier draufstehe und du hier rauftrittst, dann ist es weg. Weißt du was? Ich weiß gar nichts mehr. Achso, das war so komisch und unsinnig. Oh Gott, das ist ja... Auweia! So, und jetzt hier, ne? Ich weiß nicht mehr, wie es aussah. Ja, 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 ja! Und dann? So, jetzt ist es richtig. Ja, es ist richtig. Oder doch? Doch, es ist richtig. Es ist richtig. Okay, guck mal. Aber ich muss jetzt mal eben hier kurz da hinten gucken, jetzt müsst ihr... Okay, das ist einfach, das ist einfach. Das sind drei nach innen rein und einer nach links. Ja. Nein, 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 der andere. Oder? Oder? War's der? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so war. Ne, andersrum eigentlich, oder? Ne, ich glaub, es war ziemlich sicher, dass... War's nicht andersrum? Also das, das, das... Dass der, der... Warte! Doch, doch, doch! Das war so. Ich mach da mal den anderen raus. Doch, doch, doch! Das ist richtig, das ist richtig. Und was ist da... Haben wir das richtig? Ja. Das, das ist richtig. Und jetzt geh ich hier eben raus. Okay. Und guck mir das da hinten an. Alles klar. Oh, das ist ein... Das ist so ein Schwert. Und dann da? Und dann... Ja, hier ist es so ein... Ja! Eins vor, eins rechts. Ja, das ist das. Und das wieder rechts, genau. Und jetzt muss ich aber hier wieder rauf... Uh! Um das da hinten zu sehen. Nur nicht drüber rennen. Achso, aber jetzt ist es kaputt gemacht. Das ist jetzt nicht mehr richtig. Ja, das mach ich gleich wieder richtig. Okay, okay. Ähm... Oh, weia. Es ist so ein Ding, so ein Turm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ist denn da ein Turm? Das ist... Das ist... Nicht die lila nennen. Das ist... Okay, ich hab's. Ich hab' ein Screenshot. Okay, Schummel, komm runter. Ich hab' ein Screenshot. Schummel, du gehst hier. Das ist einfach straight up nur... So? Du musst hier links hinten... Machst du hier den in der Ecke. Genau. Den hier in der Ecke? Okay. Und dann da, wo die Lücke ist, zwei drüber. Ja. Und hier auch... Und dann rechts. Bei den Tops in die Richtung. Dann nochmal. Genau. Und... Den. Der, genau. Der... Genau. Oh, das ist falsch. Ah, ne! Ah, ne! Ist richtig, ist richtig, ist richtig. Boah! Nee! Was ist das? Flo, Flo, wo willst du hin? Was ist hier, ey? Flo, Flo, Flo! Da kommen wir her! Okay, also nein. Okay, warte, hier ist ein Knopf. Was passiert da? Da fahren alle Wollblöcke raus. Ich hab' schon das Video angeschaut von der Map. Ja, ich weiß auch, was passiert. Ich weiß, was wir machen müssen. Das ist aber nicht gut. Wir müssen selber rausfinden. Wir müssen alle runter... Runter... Alle runter? Alle runter. Könnt ihr mal aufhören, da die Wahnsinnige drüber zu springen, bitte? Okay. Indem wir hier auf einen draufklicken, dann verändern wir die... Okay, dann fahren andere runter. Alle umliegen. Oh, das war gut, Tops. Der schwarze war gut. Das ist wie ein Rubik's Cube. Ja, so ungefähr. Oh, das war nicht gut. Oh, das... Okay. Das sind noch zwei. Oh. Oh. Warte mal. Schwarz war gut. Es ist wie ein Rubik's Cube. Äh, nicht auf pink drauf. Pink fährt wieder was hoch. Ah, okay. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Verdammt. Ich weiß, wie wir's machen. Wie, 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 wie... Halt, stopp. Okay, warte, stopp. Fast am Ende. Ne, ne, ne. Können wir auf? Ne, das Ding ist... Warte. Oh, oh, oh! Nein, mach mir doch nochmal rückgängig. Oh, warte. Alle acht umliegenden Dinger werden getriggert. Das heißt, wenn du schwarz triggerst, geht gelb, grün, pink und blau runter. Und ändert sich. Und bei... Und welcher ist es dann? Weiß ich nicht. Du musst halt... Hier jetzt irgendwie gucken. Nein, Flo. Warte mal, warte mal. So, jetzt haben wir den rot. Wo ist denn rot? Warte. Warte. Das kann so richtig gewesen sein. Das kann so richtig gewesen sein. Ja. Ah. Okay, habt ihr irgendeinen Plan, wie wir den letzten wegkriegen? Wer auch immer sich gedacht hat, Autojumps ist ne geile Idee. Ey, Tops, willst du mir helfen? Das hier ist viel einfacher. Tops, Flo, was machst du da hinten? Das ist Dings. Ähm, wie heißt denn das? Wenn du zwei gleiche Karten finden musst. Hey, okay, was ist denn das jetzt? Warum kommen jetzt hier diese Dings nach oben geswooshed? Das ist schon die ganze Zeit. Warte mal, warte mal. Das hab ich vorher nicht gesehen. Das ist jetzt erst, seit dem Flo's Feuerwerk kam von da hinten. Ich hab kein Feuerwerk gemacht, hallo! Ähm, was ist das da oben? Ich weiß es nicht. Aber du siehst das auch, oder? Du siehst diese schwarzen, roten Blubber? Ja, ich sehe das. Ich wette, das ist die Lösung. Und ihr checkt zunächst. Das ist ein Endcrystal. Aber was... Er sagt... Ja, er zeigt auf die drei hier. Auf den orangenen und den lilanen und den blauen. Warte, 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 warte. Und dann noch auf die zwei da hinten. Wollen wir vielleicht resetten und dann das da mal versuchen? Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Ich bin... Noch Flo, hör doch auf! Schau nach oben. Der zeigt dir mal, was du machen musst. Warte, jetzt ist... Jetzt zeigt der Reset. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist unlösbar. So, halt, stopp. Jetzt... Okay, jetzt fängt's an mit lila. Lila. Lila, sagt er. Das heißt, wir gehen auf lila. So, jetzt sagt der Weiß. Nein, das sagt alle verschiedenen. Jetzt sagt der... Nee, stopp, stopp. Ich hau wieder ab, das ist mir egal. Ciao. Ja, ciao. Orange, sagt er. Jetzt sagt... Jetzt sagt der Reset. Nee, warte, warte, warte. Irgendwie er ändert oft seine Meinung, kann das sein? Nein, lass mal, lass mal, lass mich mal machen. Ich muss das ausfegen. Flo, bitte jetzt... Geh nicht mehr, bitte. Ich mach doch nicht! Alle so richtig so... Wenn wir... Flo und Herr Nähe ist, ist es schon so... Bitte nicht, bitte nicht! Er tritt wieder auf unsere Sachen rein. Ich probier das zu lösen, damit wir endlich fertig werden können! Dann mach doch endlich! Du kriegst ja nicht hin! Er macht's doch gerade! Lass ihn doch, Flo! Probier das irgendwie hinzukriegen, weißt du? Du hast Aufmerksamkeitsspanner vor nem Kleinkind manchmal! So, ich hasse passen! Och, tops! Okay, jetzt ist es... Warte mal, warte mal! Warte, warte! Jetzt ist es weiß! Nee, jetzt ist es blau! Er ändert irgendwie schnell seine Meinung! Ja, nee, das ist komplett egal! Das ist... Aber ich weiß nicht, weil das irritiert mich! Einfach nur dazu da, damit es irritiert! Aber das ist doch nicht nett! Pi, 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 pi... Jetzt gleich am Ende! Das sieht gut aus! Äh, der Ding sagt Resetz! Ja! Jetzt zeigt der Schwarz! JA! Seht ihr?! Seht ihr?! Stopps, ich hab nie an dir gezweifelt! Du hast es wirklich schön gelöst! Du bist Rätsellösungsspezialist Nummer 1! Ok, was ist denn... Ich find, ich find sind... Ok, warte mal... Willen wir was drücken? Neun! Ah, ok! What da? Ah.. Whatda? Ja, ähm, müssen wir jetzt das... Ne, wir müssen den... Was, was, mit das man was fixen können. Zähmt. Okay, Fisch ist der Wolf. Ne, die Katze, der Ozzelot. So, warte, muss das... Der Reihenfolge nach in den Dropper, oder? Wir müssen das im Hopper anordnen, so wie das sein soll. Ja. Okay, wer hat jetzt die Items? Ich hab den Fisch, aber wir fangen jetzt an mit Schwein. Gib mir einfach mal alles, Rony, ja. Rony, nimm dir alles. Okay. Okay, okay. Also, äh, links muss Karotte. Ne, ne, ne. Ich hab Karotte, hab ich nicht. Rote Beete, rote Beete, rote Beete, rote Beete. Dann der Schwein ist nur nicht rote Beete. Okay. Ja, der Schwein ist nur nicht rote Beete. Soll ich den hier rein in den Dropper? Hier rein legen. Okay. Nein, du kannst ihn öffnen. Und da musst du die richtig... In der richtigen Order... Warte, jetzt... Rony, ja. Was, wie soll ich den denn öffnen? Du sollst den... Ach so, oh, oh, okay, das wusste ich nicht, sorry. Jetzt nehm ich meine Items. Jetzt nehm ich meine Items. Jetzt hab ich wenigstens alle. Äh, da hinten hast du... Ja, ja, ja. Ich bin autogejumpt. Ich verstehe Topfass. Okay, jetzt fangen wir an mit rote Beete. Danach machen wir Fleisch, danach Fisch und danach Weizen. Und dann machst du... Dann klickst du auf den Button. Jetzt sind sie glücklich, jetzt haben sie gegessen. Aber das ist jetzt nur das erste Licht gewesen, oder? Jetzt machen wir nochmal weiter. Das sieht aus wie... Da kommt mehr. Okay. What the? Ich sammle die Blöcke wieder. Oh nein, warum? Was hat das jetzt? Was ist das? Das sind irgendwelche Map-Manschen wahrscheinlich. Ähm. Äh, und da müssen wir jetzt deren Lieblingsblöcke reintun. Oder was auch immer. Ähm. Kann man irgendwas erkennen bei denen? Sag mal eben, was hast du für Blöcke bekommen? Ich hab eine Schalkerbox, ein Beacon, ich hab ein Bücherregal, Magma-Block und Prisma. Prisma-Marin. Was auch immer das sein mag. Ähm. Hä, das ist doch voll unfair, oder? Wir suchen mal ganz links die Schalkerbox. Okay, ganz links die Schalkerbox. Dann... Was macht sie denn Just for the End? Just for the End hat Decode gemacht, die Map. Ja, aber was... Mach mal einfach Prisma-Marin. Okay, was macht der? Wer ist mit der? Prisma-Marin. Prisma-Marin. Zweites von rechts? Ja, zweites von rechts, Prisma-Marin. Okay. Äh, ganz rechts Magma-Block. Okay. Dann... Was hast du noch? Ich hab noch ein Beacon und ein Bücherregal. Ich würde jetzt erstmal intuitiv das Bücherregal dem, äh, dem Mittleren geben. Ja, ist okay. Und dann halt Beacon. Wir können ja mal probieren, ob was stimmt. Ja, aber die haben es in der Hand. Kann man damit aus anfangen? Beacon, zweite von links, ne? Ja, ja, hab ich jetzt. Hast du in der Hand? Nee, ich glaub, da kann man nichts aussagen. Der hat hier Sugarcane in der Hand. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. Also in der Sugarcane, da kann man so zu denken, ja, aus Sugarcane kann man Papier machen, aus Papier machen wir Bücherregal. Meinst du, das ist jetzt richtig? Oh, meinst du? Meinst du, Tops, das ist so? Okay, der, was hat der, der hat... Der hat einen Knochen. Der kann auch Knochenmehl draus machen. Es gibt kein Knochenmehl. Nee, Tops, das kannst du nicht machen. Das ist nicht. Also ich glaub, so tief kommst du nicht. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es, ansonsten machen wir, was du sagst. Oh, Leute. Oh, das war richtig. Leute. War da? War das richtig? Ich würd mal sagen... Wir sind so gut, oder? Aber, warte mal. Irgendwie... Nee, jetzt haben wir... Das war nicht richtig. Jetzt haben wir noch... Alles klar! Ah, nein! Das waren die Leben, die wir haben. Die Versuche, glaub ich. Ach, lol! Warte, dann war das mit den Tieren auch falsch? Ja, wir haben ja einmal falsch gemacht, weil du auf den Klopf geklickt hast. Achso, achso, okay. Alles klar. Dann machen wir jetzt wieder rote Beete, Fleisch, Samen, Fisch, Weizen. War richtig, oder? Ja. Ja. Okay. Knoftrücken. Okay, erstens richtig. Nächstes. Okay. Knoftrücken da hinten. Hier, nein, nicht den. Okay. Ja. Aber das ist so hart unnötig mit diesen Leuten. Warum sollte man... Also, wir können es jetzt versuchen. Aus Sugarcane machen wir Bücherregal, sagst du. Das heißt, das kommt als erstes. Was hat der hier in der Hand? Der zweite hat Tinte in der Hand, so ein Tintensack. Was kann man da draus machen? Das ist aber auch ein Bücherregal. Oder nicht? Das ist... Ah, nee, warte. Nee, dunkler Prismarin. Ja? Das ist dunkler Prismarin. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Was hat der Kiste? Der dritte hat einen Knochen. Knochen? Aber was ist mit Knochen? Knochenmehl. Also, dem vierten würde ich Beacon geben, weil Beacon hat ja Glas mit drin und das ist mit Sand. Oder? Okay. Was ist mit Slime? Was kann man mit Slime machen? Was haben wir denn noch? Wir haben noch zwei Sachen. Wir haben Schalkerkiste und Magma Block. Dann würde ich Magma Block auf jeden Fall. Weil man daraus sozusagen die... Knochen, hör doch mal auf da hinten! Irgendwas in die Luft zu ihr! Stimmt, Mann! So ist das richtig! Ich lage, was ich will! Das war doch richtig mit dem... Der Knochen war wegen weißer Farbstoff und das war die weiße Schalkerkiste. Oh, okay. Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Das soll ein Biome darstellen. Okay, ja, ja, macht Sinn. Das ist ja wie... Ich werde hier weggeschubst. Du bist weggeschubst. Oh, ja, stimmt. Es geht um die Mops, die wahrscheinlich auf den Dingern draufstehen. Okay. Warte, man hört was. Das ist Eis. Also, wir haben hier Skelett, Wither Skelett, Zombie, Spieler und Creeper. Okay, also. Ähm. Ich glaube, ne, da kommen Töne. Vielleicht können wir das irgendwie zuordnen. Weil rech... Also ganz rechts kommt... Also ich würde mal sagen, links ist Wither Skelett, weil Kohle ist Wither Skelett. Ich glaube, Flo ist einfach gerade dabei, irgendwie was die Menschen auseinanderzunehmen. Weißt du, weil... Ich habe hier richtig Spaß. Das ist richtig witzig hier. Ja. Das ist schön. Ich weiß nicht, wieso. Hast du jetzt schon die Sachen reingemacht? Ich habe es jetzt so gemacht. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Okay, Wither Skelett, Zombie... Was soll denn das Pinke für ein Biom darstellen? Äh, End. Ja, sicher, End. Aber dann... Warte mal, was haben wir dann? End, Zombie, ahhh. Aber ich weiß nicht genau, was sollen die Blöcke... Das sind doch keine Biome darstellen, weil Kürbis ist kein Biom. Äh, Sir, Kürbis ist zum einen Mushroom oder auch Roofed Forest oder Swamp. Ja, aber Mushroom haben wir ja hier schon. Ist das Mushroom? Sieht aus wie Knochen. Das ist Mushroom. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, äh, trial and error... Okay, 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 mach. Oh! Einfach drauf los, der Flo... Okay, dann müssen wir gucken, dass wir was... Das war falsch. Okay, lass uns... Okay, also lass uns mal überlegen. So ein Monster-Nerven, warum muss da denn diese Drecksmonster rein? Und dann ist er noch so ein Töpfe im Hintergrund, der mit den Ex-Bus... Oh, ihr Witz, diese Web regt mich einfach schon so einfach alleine. Also, ich würde trotzdem mit Links Wither Skelett bleiben. Einatmen. Was soll denn das Links sein? Links ist ein Kohleblock, das würde ich Wither Skelett, weil die Kohle droppen und Wither Skelett... Ah, was die droppen, meinst du? Was die droppen, okay, was... was könnte denn... Aber nee, das kann nicht sein, weil Kürbis... Aber wer droppt denn was Pinkes? Ja, wer... Eis? Es wird ja auch kein Eis getroppt, hä? Ja, aber vielleicht geht's mehr so um... Also, ich denke nicht, dass die wirklich mit Kürbis Kürbis meinen, sondern dass das schon für irgendwas... Hm. Ja, hier, tupst, tupst. Gim mir mal die Sachen. Der freut sich da schon. Der freut sich, wenn ich ihm so 50 Minuten hochlade und sage, wir machen eine Folge noch. Oh mein Gott! Tick dir an! Oh mein Gott! Tick dir einfach an! Okay. Das ist Skelett. Das ist Zweier. Das ist Zweier. Das ist Zweier. Tops, du bist ein Biest, links... Nein. Skelett ist also... Das Skelett ist auf dem Beiß. Links ist ganz Creeper. Und rechts ist der Spieler, der Villager. Tops, du bist ein Genie. Tops, du bist ein Genie. Ja. Puh, das war knapp noch im letzten Versuch, ne? Kommt jetzt noch eins? Bitte sag nein. Es kommt noch eins. Oh nein. Wir müssen ein Sables. Oh nein, was soll das denn sein? Ähm. Tops. Hast du eine Idee? Tops. Warte, warte, warte. Hier sind Blöcke, hier sind Blöcke. Die kommen. Oh. Ja, das hilft irgendwie nicht so viel, wie ich jetzt gedacht habe, dass es vielleicht helfen könnte. Wieso sind die einfach die gleichen Blöcke nochmal? Wahrscheinlich irgendwas anordnen, aber... Ja, aber warte, was hast du? Du hast Zepplings. Ich sehe einfach die Verbindung nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Letzte Problem. Das ist... Also... Ich meine... Was haben wir denn? Sind die irgendwie... Da können wir auch nichts anziehen, die letzte Runde. Also wir können die ja nicht benutzen in irgendeiner Form, oder? Naja. Also ich wüsste, ihr könnt rechts klicken. Äh. Kann man irgendwie mit den Dingern interagieren? Geben mir die Sachen. Tops hat es schon. Tops hat es. Okay, Tops. Tops hat es raus. Jetzt bring uns die Erleuchtung. Ich muss kurz gucken, ob ich das auch richtig mache. Tops ist ein wirklich kleines Genie. Und er wurde immer nur von seinen Mitmenschen verkannt. Aber in Wahrheit ist er der Denker von uns allen. Okay, Tops. Hast du gedacht? Erklär es uns. Erklär uns deinen Gedankenprozess. Was... Wenn du diese Blöcke siehst, was fällt dir da ein? Dass ich einfach flutholten will, wer jedes Mal diese Explosion triggert. Okay, verständlich. Aber was fällt dir noch ein? Also... Eigentlich nicht. Ich habe mir gerade ein Video geguckt. Und? Wie ist das? Wie muss das sein? Ja, warte. Das ist halt das Ding. Ich... Ich... Und... Kabumm! Warte... Was tut du da? Ich sehe ein Feuerwerk. Ich habe noch Spaß, das habe ich. Ja, das ist schön. Puzzle ist egal. Okay, das muss da hin. Das muss da hin. Das muss da hin. Hört die Titelwerte gut. Irgendwann einfach... Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig und ich mache es nicht falsch. Okay, was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist, Tops? Das wird vielleicht die Lösung sein. Warum? Okay, was ist... Okay, erklär uns bitte. Warum kommt die Birke ganz nach links? Was hat der rote Block mit der Birke zu tun? Das frage ich mich auch. Das ist immer eine Frage. Die kann man... Das sind immer Sachen, die können... Dingssatz nicht beantworten. Okay. Soll man drücken? Ja, drücken. Ja, komm. Ich meine, es ist genauso gut wie jede andere Reihenfolge. Oh, warte, hier fängt etwas an zu regnen. Hä? Ja, warum regnet es? Also hier schneit es. Hier regnet es. Hier regnet es. Äh. Blau. Aber hier regnet nichts. Blau ist Fichte, das ist in Ordnung. Ähm. Wieso ist Blau Fichte? Hier regnet es nicht. Bei dem hier. Das heißt, das hier, das Mitte ist Savanna, das stimmt auch. Ähm. Aber whatever die restlichen drei sein sollen. Also das eine schneit und dann haben wir noch drei mit Regen und dann haben wir eins, wo gar nichts ist. Und... Und warum ist hier oben Glas? Was? Hier oben ist Glas. Äh. Ja. Cool. Das ist Glas. Mach mal. Mach mal einfach. Mach mal, komm. Drück. Easy. Easy. Hey. Das ist doch richtig. Bist du jetzt noch mehr machen? Ich bin nur schon ein E. Bitte nicht noch mehr. Oh nein. Potions können nicht so schwer sein. Potions hast du. Okay, umgedrehtes E. Ein Eins. Was ist das denn? Was soll das denn? S? Ist das ein S? Ähm. Ich hab hier. H.G. Wells Scuba Juice. Dr. E. Browns Tire Defense. Alex hier auf Gallifrey. Ist Gallifrey nicht irgendwie Dr. Who? Äh. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, wei. Gib mal her, gib mal her, gib mal her. Gib mal her, gib mal her. Gib mal her, gib mal her. Und kabumm. Ups. Oh nein. Flo, ich verstehe es langsam bei dir. You're only a minute away from adventure. Ich bin fast fertig. Ehrlich? Das ist Flo. Flo, machst du da hinten trial and error? Oder? Nein, das ist Memory. Und wenn ich eins richtig hab, dann kommt ne Explosion. Ah, das ist, das ist ganz simpel. Das ist schön, okay, das ist ganz simpel. Komm mal her, Kondja. Das kriegst du gar nicht. Ja, ich hab's für euch. Okay, okay, okay. Sag mal. Die Laufzeiten. Jetzt guck dir mal, du siehst, du siehst hier die Zahlen, ne? Ja. Das sind die Laufzeiten. Jetzt haffer mal mit deiner Maus über die Tränke. Jetzt, was siehst du da? Ja. Jetzt würd ich. Die Laufzeiten. Laufzeiten? Ja, die Laufzeiten, wie lange es geht. Achso, ja. Okay. Unter Wasseratmung ist zweite von links. Dann den. Ne, unter Wasseratmung ist vier. Achso, oh. Oh, das ist deine Zahlen sind. Ist das eine oder fünf? Ja. Oh, lol, okay. Dann, warte, dann sagt mir die Zahlen in der Folge. Drei. Eins, fünf. Warte. Drei. Terminator-Upgrade. Dann was? Eins. Eins ist. Okay. Das sind alles so Filmanspielungen und so, Serienanspielungen. Fünf? Ist richtig groß. Serienanspielungen, das ist ganz lustig. Was dann? Bill and Ted? Wer ist Bill and Ted? Also, also hast du eins? Ja. Ich hab, also, ich hab drei, eins, fünf. Dann kommt zwei. Dann zwei, dann vier. Ja, und dann wird es gewesen sein. Richtig, klopf. Nice! Hey, was ist das? Bild, ist es fertig? Nein, das ist nicht. Doch. Doch, verpasst. So, weil die Folge leider ungefähr 60 Minuten lang war in der Aufnahme und ich das nicht als ein Stück hochladen möchte, gibt's jetzt hier einen Cut. Und genau, wenn euch die Hälfte dieser Folge gefallen hat und ihr gerne den nächsten Puzzleteil weitergucken möchtet, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und genau, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und neu hier seid, abonniert den Kanal. Ich lade Videos jeden Tag um 13 Uhr hoch. Und genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschau! 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020